So, hi Leute, heute gibt es wieder einen neuen Rhythmus und zwar heute gibt es den Big Beat. Der Big Beat ist ein Rhythmus schon eher für Fortgeschrittene und ja, probiert es einfach mal aus. Nächste Woche, dann gibt es ja vielleicht auch wieder was leichteres, ja, aber auch vielleicht mal ein bisschen was größeres, okay? Big Beat, ich spiele euch schon erstmal vor, wie ihr es denn so klingt, ja. So, also das haben wir. Also dieser Rhythmus, Big Beat, wird mit Taps gespielt. Das heißt, dass die Hände die ganze Zeit diesen machen. Die tappen, also die erzeugen keinen Ton, sondern die machen wie Katzenpfoten. Die ganze Zeit diesen, abwechselnd. So, mach das Ganze mal langsamer, um die Betonung rein zu bekommen, den Bass, ja. Du legst deine Hände in die Mitte, lässt sie tappen. Und dann kommt die Betonung. Wir machen den mal noch ein bisschen langsamer. Aber vielleicht ist es noch hilfreicher. Und zwar noch langsamer tappen wieder. Das ist sehr langsam. Jetzt kommen die Betonung im Bass und auf der Höhe dazu. Dann kommt die Betonung im Bass und auf der Höhe. Alright, das ist der Big Beat. Ich spiele ihn nochmal schnell, einfach als Inspiration. Alright, bei den Tabs ist es halt die Herausforderung, dass du schlägst halt die ganze Zeit und hast Betonung. Trotzdem müssen die Tabs weiterlaufen, gleichmäßig. Das ist der Big Beat. Ein großer Rhythmus, ein starker Rhythmus. Das ist für mich persönlich wie ein Rhythmus, der durch den Kosmos geht, wie so ein Raumschiff. Okay, das war's. Dann mach dir einen guten Tag, viel Spaß beim Üben. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach. Alright? Ahoi. 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 Ahoi.